Bevor wir mit dem Video loslegen, möchte ich eine große Ankündigung machen. Und zwar, sehr, sehr kurzfristig erscheint morgen am Sonntag um 12 Uhr mein neuer Merch-Store mit den neuen Klamotten. Und das möchte ich euch heute vorstellen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr sagt. Ich bin einfach das geilste Ding ever rausgehauen. Da muss, also wir haben auf bangs.shop ist die, ist der Link. Das heißt, das ist auch in der Videobeschreibung. Ihr könnt natürlich jetzt schon draufdrücken, bringt euch aber nichts. Weil, wie gesagt, erst Sonntag, 12 Uhr ist das Ding online. Ihr solltet zeitnah und schnell sein, denn da sind ein paar limitierte Sachen dabei. Könnte schwierig sein, da was zu bekommen. Was haben wir alles im Angebot? Wir haben einmal unter bangs.shop den Bangs-Shop und den Elina-Shop. Elina, das könnt ihr bei ihren Videos sehen. Wir können hier ganz kurz mal reinklicken. Sie hat ein Design, und zwar die Pommes Fritte. Einmal als T-Shirt, einmal als Hoodie. Könnt ihr natürlich gern zuschlagen. Ne, wir konzentrieren uns heute aber hier natürlich auf mein Merch. Und zwar haben wir einmal, beginnt die limitierte Winterbox. Die gibt es nur, ich glaube, 2500 Mal. Die wird, ich mache sehr, sehr wenig Werbung jetzt, sehr kurzfristig. Deswegen kann ich nicht versprechen, wie schnell die jetzt weg sein wird. Aber ich würde mal tendieren, dass das Ding in 20 Minuten weg ist. Also, 12 Uhr auf jeden Fall am Start sein. Special Winterbox Team Bensern, was ist da alles drin? Wir haben einen Hoodie mit einem neuen Design. Das sieht einmal so aus, ne? Das ist an das originale Creeper-Design in Minecraft erinnert. Hier, wie ich die Box öffne. Denn das Ganze ist in einer schönen Box, in einer edlen Box. Ihr könnt euch ins Zimmer stellen. Das ist wirklich nichts zum Wegwerfen. Das ist edel und hochwertig. Außerdem ein Laniard mit ganz vielen Among Us Charakteren. Und eine unterschriebene Autogrammkarte von mir persönlich signiert. Die, wenn man sie reibt, nach Lebkuchen riecht. Sehr, sehr geiles Ding. Also, das ist die limitierte Winterbox. Wir haben aber noch mehr, Leute. Wir haben noch mehr. Wir haben beispielsweise die Hoodies. Da haben wir einmal das erfolgreichste Design von uns ever. Nämlich diesen Atzen hier. Haben wir jetzt als klein auf der Brust. Das habe ich sogar tatsächlich gerade an. Aber ich habe es als T-Shirt an. Sehr, sehr strong. Sehr, sehr geiles Design. Übrigens zu jedem Artikel. Das heißt, egal was ich jetzt zeigen werde, gibt es immer eine handsignierte Autogrammkarte dazu. Das heißt, zwei Artikel gibt es zwei Karten. Drei Artikel gibt es drei Karten. Das heißt, aber diese Lebkuchen-Autogrammkarte gibt es nur in der Winter. Zu den anderen Artikeln gibt es eine Banks-Gemälde-Autogrammkarte. Aber die zeige ich nicht. Das ist eine Überraschung, Leute. Also, Hoodies. Wie gesagt, das neue, das alte Design neu auf der Brust. Dann haben wir ein komplett neues Design. Das ist dieses schöne Ding hier, Leute. Kann ich euch auch mal vergrößern. Könnt ihr euch aber auf der Homepage auch alles selbst angucken. Auch sehr, sehr schön. Wir haben des Weiteren hier bei den Hoodies... Oh, Leute. Also, der Glow in the Dark, den kennt ihr. Das leuchtet im Dunkeln. Sieht extrem geil aus. Ich zeige euch das. Das haben wir auch, glaube ich, gut als Bild hier. Hier, da stehen die Lina und ich. Und das Ding ist ein übelster Burner. Wenn ihr da... Also, wenn ihr da nicht zuschlägt, den kann ich auch wirklich nicht mehr helfen. Das ist die Rabauke Beanie. Die kennt ihr auch. Das Foto ist absolut toll. Aber das hier leuchtet im Dunkeln. Diese Schrift. Das ist neu. Das hatten wir noch nicht. Die alte Mütze hat nämlich nicht im Dunkeln leuchtet. Das ist so geil. Das ist wirklich absolut heftig. Die Tasse, Alter. Die Tasse ist... Okay, sorry. Ich bin gerade ein bisschen halb. Aber die Tasse ist auch so geil. Da sind alle Begriffe von uns wie Heimer, Never Dig Straight Down, Roblox, Dr. Banks natürlich, Lucky Block, Kieselstein. Und ganz viele... Oh, B-King. Ganz viele Custom-Begriffe von unserer Bauke sind da hier so drauf gedruckt. Und so sieht das Ganze dann in echt aus. Sieht auch übel geil aus. Wirklich. So. Hoodies. Jetzt nach meinem Geschmack der Spitzenreiter. Absolut geiles Monsterteil. Schaut euch das an. Schwarz auf schwarz. Das sieht so geil aus, Alter. Hier guckt er... Leute, das war so... Ich werde nicht zu heftig das alles loben. Es sind ja meine Klamotten natürlich. Aber das ist für meinen Geschmack das geilste, was wir je rausgehauen haben. Das Ding hier. Ganz, ganz geiles Ding. Banks Schwert. T-Shirts. Alle designte ich euch. Also es gibt hier Glow in the Dark als T-Shirt. Dann das auf der Brust als T-Shirt. Und das neue Design hier auch nochmal als T-Shirt. Beanie, Tasse und die Lina habe ich euch bereits gezeigt. Hier auf der Startseite. Habt ihr auch mal so einen schönen Überblick über allen. Ist online ab Sonntag, 12 Uhr. Schlagt da auf jeden Fall zu. Und jetzt beginnen wir mit dem Video. Hey, meine Rabauken. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Long Neck Runner. In der wir Ringe einsammeln müssen. Hier seht ihr das. Bumm, bumm, bum, bumm. Und mit jedem Ring kriege ich einen längeren Hals. Um eine Schicht. Und wir versuchen heute den Weltrekord zu brechen. Ich will einen so langen Hals haben, dass dieses ganze Spiel crasht. Abstürzt, komplett in den Arsch geht. Wenn ihr das feiert, dann lasst auf jeden Fall eine positive Bewerbung. Dann flankt den Like-Button. Und vergesst nicht, wenn ihr zu Team Benzern gehören wollt, dann abonniert auf jeden Fall mal den Kanal, Leute. Und ich hatte gerade diesen Fieber-Modus, habt ihr gesehen. Der ist vom Prinzip ja ziemlich nice. Da sammelt man nämlich jeden Ring an. Du kannst nämlich nur den Ring einsammeln, dessen Farbe du auch hast. Aber wenn du den Fieber-Modus hast, jetzt muss man... Nein, ah. Dann kannst du die richtige Farbe... Wenn du den Fieber-Modus hast, kannst du jede Farbe einsammeln. Denn wenn man normalerweise die falsche Farbe einsammelt, bekommt man einen Minuspunkt. Och, man kann aber durch diese Ritzen da flutschen. Aber ich habe es nicht hinbekommen. Egal. So. Und jetzt wird man an Gebäuden gemessen. Wir haben Größe 72 mal 11. Das ergibt... Uff, Alter. Ich habe es geleckt halt schon. Okay, okay, ja. Aztekentempel. Ja. 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 Alter, wie groß. Oh. Fast ein neues Haus freigeschaltet, Leute. Fast ein neues Haus, ey. Okay. Freiheitsstatue haben wir schon gehittet in der letzten Episode. Abfahrt. Je größer wir sind, desto mehr Gebiete haben wir nämlich freigeschaltet. Aber tatsächlich wäre es gerade ein bisschen klüger gewesen, ein paar Sachen nicht einzusammeln und den Fieber-Modus später zu bekommen. Weil der hat mir ja gar nichts gebracht gerade. Was nehmen wir? Wir nehmen... Save das hier. Ist ein bisschen leichter. Weil durch diese Ritzen hier zu flutschen, wenn man die Bahn wechseln muss, ist möglich, aber schon ein bisschen schwer. So. Was ist jetzt hier? Ich sehe nichts. Orange nach rechts. Wieder. Okay, jetzt müssen wir es hitten. Fieber-Modus. Genau im richtigen Moment. Nein. Halt's Wasser aus. Halt's Wasser aus. Bitte, 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 bitte. Nein. Oh, Alter. Ich habe es so... Ich habe es gerade geschafft. Ich habe es gesehen. Ich habe es so ein Gegob bekommen. Alter, Hilfe. Ey, wir hatten noch nie zweimal Fieber in einem Match. Ja, 94. Aber weniger Multiplier. Ich habe bis heute nicht verstanden, wonach sich dieser Multiplier richtet. Ehrlich gesagt. 858. Und wenn wir das gehittet haben, könnten wir vielleicht, mit ein bisschen Glück, 9 skinnen. Vielleicht läuft es dann besser, Leute. Aber 800 ist halt nicht größer. Und wir haben gehittet. Boom. Eine Weltraum-Rakete. Gefolgt von einem... Was heißt das? Windrad. Und das ist, glaube ich, Godzilla. Okay. Gut. Wir hatten fünf, Leute. Auf R... Da ist ein dickes Ausrufezeichen, Leute. Oh, ein random. Komm, bitte gönnen. Ich habe fast alle. Ah ja, lol. Oh. Es wird immer teurer. Das ist ein Abzock. Okay, wir sind Krokodil. Oha. Keine Abfahrt. Da müssen wir ja eigentlich grüne mal nehmen. Das passt ja am meisten. Okay. Das war schon ein neues Gebiet. Vielleicht hätten wir ja direkt noch ein neues Gebiet. Mit dem neuen Skin. Das gibt immer noch mal so ein bisschen... Also jetzt kein Boost, aber ein bisschen ein besseres Gefühl, Leute. Ihr wisst doch. Jemand ist nicht irgendwie so... Nein, bringt mir gar nichts. Käsekuchen ist das. Kann es sein, dass der Multiplayer davon abhängt, wie viele Smaragde man einsammelt? Das war definitiv... Was machen wir? Grün. Habe ich da hinten gesehen. Ha. Experte. Das waren jetzt mehr Smaragde als im letzten. Das heißt, wir müssten auf jeden Fall eine höhere Multipli... 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 Mal 12,3, Alter. Okay, wir könnten jetzt das Windrad hätten. Ich habe leider am Anfang ein bisschen gefehlt. Tausend. Ich habe leider am Anfang ein bisschen gefehlt im Level. Das hätten mit Multipli... Ja, ja, das sind safe 10 Ringe mehr sein können, maybe. Das wären ja 100 noch mal mehr. Also, wenn es jetzt knapp ist, dann habe ich es verkackt. Wir hätten das schaffen können. Ja, easy. Okay, schade. Das ist aber auch krass viel, Mann. Oh, ho, 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 ho. Okay, das wird safe ein Rekord. Ab save, save, save. 100. Also, wie hatte ich das nicht ansatzweise? Hä? Hilfe. Wenn jetzt auch noch so ein neuer Multipli hittet mit 16 oder 17, dann scheppert es anders, Leute. Wir könnten vielleicht direkt zu Gotts... Oh, Alter, wie groß das ist. Habt ihr jetzt gesehen, wie das rumgepackt hat? Was muss ich da nehmen? Was muss ich... Nein! Leute, es ist ein Fehl... 21 Multipli... Es ist ein Fehler passiert. Ich habe da 5 oder so mir wegruppen lassen. Nein, das ist so bitter. Ich war nervös, Leute. Ich war nervös. Solche großen... So ein Lager halte ich noch nie, ey. Egal, aber Windrad haben wir ja trotzdem safe geht. Vielleicht Godzilla, direkt einen Skipper gemacht. Safe, safe, safe. Guck, wie groß wir sind. Junge, yo! Alter, ich habe Godzilla instant geskippt. Das war das für ein Level, bitte. Okay, Eiffeltower hier. Haben wir den Eiffelturm aus. Ui, 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 ui. Das wird ein Rekord. Da rieche ich so ein Rekord hier jetzt gerade. Boah, jetzt kriege ich auch alle Kristalle, weil ich schon so groß bin. Perfekt. Der Multipli wird richtig schön schmecken. Ach, wir sind jetzt schon bei 80. Wenn wir jetzt noch 20 Dinge einsammeln und der Multiplier wieder da übel zur ist. Ach, der Junge ist backt immer so rum. Auf 35 oder so. Dann hätten wir vielleicht... Oh, das wird krass. Das wird krass. Jetzt keinen einzigen Ring verkacken werden. Ich bin nervös. Ja. Oh, jetzt da nochmal. Okay, wir hätten safe orange. Und danach hätten wir grün. So, ein bisschen taktisch hier angehen, Leute. Grün jetzt nicht treffen lassen. Perfekt grün. Und der Multiplier ist... Oh, leider noch 1 und wieso nicht? 35 in dem Level der Folge. Der 35. Egal. Und wir haben... Uff. Das könnte der Eiffelturm sein. Es ist knapp. Es wird knapp, Leute. Es wird eine enge Kischt. Mhm. Ja, das ist gar nichts. Das ist gar nichts, Leute. Da ist absolut gar nichts. Und... 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 Und der 350. Ich hab nicht nur den Eiffelturm. Ich hab den auch rasiert. Willkommen zum nächsten Spiel. Und zwar Human Vehicle. In diesem Spiel, ihr kennt das. Da muss man aus Menschen verschiedene Fahrzeuge bilden. Falls ihr die ersten beiden Episoden nicht gesehen habt. Da die aber extrem gut ankamen. Denke ich mal, haben die meisten von euch das gesehen. Wir sind ein Jeep. Wir müssen hier auch noch das letzte Auto freischalten. Heute ist der Tag der freigeschalteten Spiele. Der absolvierten Spiele, Leute. Erst haben wir durchgespielt. Und hier müssen wir jetzt noch den... Das letzte... Uff. Da hab ich ein bisschen Hand mitgenommen. Das letzte Fahrzeug... Freischalten. Junge, ich bin Helikopter, Alter. Der Helikopter ist das vorletzte Fahrzeug. Na, wie kam er noch das letzte? Ich weiß nicht. Das ist entweder ein NASA Space Shuttle Roboter. Kann ich da drüber irgendwie? Oh ja, drüber. Nein, da kann man nicht drüber. Ich hab minus 5 gehertet. Ja, wir sind immer noch ein Helikopter. Sind da so souverän ins Ziel gekommen. Und es gibt eine Menge Punkte. Ich glaub, so viel hatte ich noch nie geführt. Direkt in der ersten Runde. Das gibt ein 3-9er. Nee, mehr, mehr. 4-8, oh ja. Level Complete. Ah, ein Panzer. Okay, wir sind bei 40% mit dem Panzer. Okay, weiter geht's. Wir befinden uns beim letzten Level, bevor ich den finalen Panzer freischalte, Leute. Das heißt, jetzt hier noch mal ein paar Smaragda, also ein paar Emeraldos zu sammeln, damit wir direkt auch den neuen Skin kaufen können. Damit ich nicht direkt noch... Weil der Panzer... Das gibt ja verschiedene dann wahrscheinlich. Damit ich nicht direkt noch den Panzer probieren kann, sondern auch die anderen. Smaragd-mäßig gönnen diese Level hier neuerdings. Guckt euch das mal an, ey. Stimmt, ihr kennt das gar nicht, weil ich... Oh, da hängt man irgendwie. Weil ich ein paar Level gar nicht jetzt hier off-camera gemacht habe. Aber guckt euch das mal an, wie viele Punkte man da macht. Vielleicht machen wir jetzt nicht mehr so ein Werbemultiplikator. Alter, ich habe heute ein Problem, Multiplikator auszusprechen. Werbemultiplikator. Ich verpahre erst mal die Panzer und dann diese Rakete. Das ist ja gestört. Miss-Side-Truck, alter Hilfe. Okay, let's go, Leute. Zwei Spiele heute durchgespielt. Wenn das nicht eine positive Bewertung wert ist, dann weiß ich auch nicht, Leute, wirklich. Heute war richtig produktiv. So, wir sind ein Traktor. Wir sind... Was ist das denn? Flammenwerfer. Ganz wilde Sachen, die jetzt hier kommen. Das wird jetzt hier unten durch. Die Smaragde sind wertlos. Wir fliegen einfach drüber. Brauchen wir nicht. Halten uns... Ui, ui, ui. Halten uns links. Halten uns... So. Und jetzt hier. Und jetzt ein Panzer. Komm, komm. Juuu. Das hat so geleckt. Hä, kann der jetzt schießen? Der kann schießen. Ich wusste nicht, dass der schießen kann. Mein Gott, okay. Okay, das. Hm, haben wir aber easy durchgespielt. Zack. Es gibt nicht... Wir haben alle Fahrzeuge, wir haben alles freigeschaltet. Geil. Okay, warte, warte, warte. Ich will aber natürlich noch, Leute, den Miss-Side-Truck. Und ich will schießen. Mal sehen, wie der schießt. Ob das dann anders ist? Muss ja eigentlich anders sein. Man hat Fahrt. Aber das müssen wir den erstmal aktiviert haben. Jetzt kann ich es noch nicht testen. Wir brauchen genug Menschen. Hier verwandeln wir uns jetzt in die Drohne. Boom. Genau. Und mit den nächsten Menschen da vorn sollten wir dann den... den Raket... das Raketenwerfer-Auto haben, Leute. Also mal durch. So. Zack. Und jetzt schießt mal. Boom. Perfekt. Und boom. Perfekt. Schießt aber genauso wie der Panzer, leider. Aber hier jetzt nochmal schön alle Kristalle. Boom. Leute, haben wir zwei Games heute durchgespielt. Ich hoffe, ihr seht euch ja die Folge nicht vergessen. Am Sonntag, also morgen um 12 erscheint der Merch-Shop. Also klickt auf jeden Fall den Link in der Videobeschreibung morgen um 12 an. Seid da definitiv ready, denn die Sachen sind limitiert. Und da könnten natürlich die eine oder andere Sache schon weg sein. Und das will ja keiner. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Liked und abonniert. Bis morgen, euer Benzern. Ciao.